ja hallo hier ist wieder tuxoche.de willkommen auf meinem video kanal heute soll es um luminar neo noch mal gehen und zwar um die 1.19.0 beta die veröffentlicht wird sobald ihr dieses video sehen könnt ich habe vorab die beta bekommen wie gesagt was ich euch jetzt zeige ist eine beta version das heißt noch nicht die endgültige release version weil ich habe an einigen stellen ich habe das schon mal vorher ausprobiert ein paar kleine häkchen festgestellt die sich dann hoffentlich bis zur endgültigen version dann gelegt haben bzw von skillum korrigiert wurden aber schauen wir uns das programm einfach mal auf dem desktop an und schauen uns an welche neuerungen und verbesserungen es hier bei luminar neo gibt okay wir starten mal luminar neo hier mit dem neuen logo das auch schon aus der ipad version heraus bekannt sein dürfte und wie üblich gehen wir meinen ich nenne es jetzt mal luminar testkatalog hinein und bevor wir jetzt einzelne bilder bearbeiten eine sache möchte dann doch zeigen die ja in der letzten zeit immer von vielen als relativ nervig empfunden wurde und zwar kann ich jetzt hier unter einstellungen diesen dynamischen background also das teile des gerade bearbeiteten oder im fokus befindlichen images gleichzeitig sozusagen als background überblendet werden das kann ich jetzt hier abschalten beziehungsweise einschalten ist eine sache dass zumindestens skylam bei der weiterentwicklung des programms auf seine user gehört hat dann kommen wir mal zum wesentlichen nämlich einmal was neu sein soll ist der sogenannte worte enhancer wir setzen jetzt hier mal die bearbeitung zurück nehmen uns dieses foto mal und gehen in bearbeiten dann findet sich hier der worte enhancer der nach diesen angaben her neu sein soll wir klicken den an und dann kann ich hier natürlich die menge bestimmen wie dieser enhancer wirken soll und ich lasse ihn jetzt einfach mal wirken wenn ich jetzt hier mit der maus drüber gehe dann seht ihr hier die maske die da gebildet wurde für diesen wachverlauf oder wasserbereich auf jeden fall wir sehen allerdings auch hier dass in einigen teilen dieser wasserbereich noch nicht hundertprozentig genau ist andererseits kann ich natürlich hier das blau ein wenig weniger blau machten oder natürlich kann es natürlich auch übertreiben klar und ich habe hier natürlich weitere anpassungen zur verfügung die weichheit sprich also die übergänge der maske zu den randbereichen hier genau zu regeln und ich kann natürlich auch wenn ich das möchte hier mit der maske natürlich hier nachzeichnen und die maske zum beispiel dann vergrößern und umteile erweitern wie man das hier sehen kann im normalfall ist das relativ gut man kommt auch so gut relativ bei weg und passt also relativ gut und es wird vor allen dingen sehr gut unterschieden zum beispiel jetzt hier vom blauen himmel wir setzen das mal zurück und gehen mal in den katalog und nehmen mal vielleicht einen wasserbereich denn die so ganz so eindeutig ist nämlich vielleicht dieser hier das ist eine herbstliche aufnahme wo also der wasserbereich hier in dem falle der mosel ja was gar nichts mehr mit blau zu tun hat wir gehen auch hier auf bearbeiten gehen auch hier auf den water enhancer ziehen die menge mal jetzt meinetwegen übertrieben hoch und können jetzt hier wenn man jetzt hier wieder mit dem pinsel reingeht dann die maskierung sehen die übrigens dann in diesem falle sogar relativ exakt ist so dass man hier normalerweise keine weiteren korrekturen benötigt allerdings wäre hier ein zu starkes blau vielleicht sogar unnatürlich aber so kann man die einzelnen dinge dann anpassen und weiter bearbeiten wir setzen das auch hier mal zurück und vielleicht schauen wir uns vielleicht noch eins an nehmen wir vielleicht dieses hier müssen dann hier wieder glaube ich die bearbeitung zurück gehen so und gehen auch hier ohne weitere anpassungen auch nur auf diesen water enhancer ziehen auch hier mal die menge hoch und ihr seht schon sofort dass das meer ein gutes stück blauer wird und ihr seht auch hier dass hier der bereich relativ exakt ist allerdings dann wird dann hier ein bereich genommen der mit dem wasser denn ja ich sag jetzt mal gar nichts zu tun hat und hier kann ich dann natürlich radieren könnte also diesen bereich komplett wegnehmen so dass die farbverschiebung oder farbveränderungen dann in diesem bereich dann sich nicht auswirken okay wir setzen doch das zurück das soll es jetzt für den water enhancer ja wasserverstärker oder wie man jetzt im moment nennen möchte mal gewesen sein und dann gehen wir mal den neuen nämlich den twilight enhancer der also zwielicht in den übergang zwischen hell und dunkel blauer stunde und so weiter verbessern soll wir nehmen wir machen ja auch mal die anpassungen zurück nehmen vielleicht mal dieses foto hier ist vielleicht nicht das interessanteste aber um den effekt mal zu zeigen denke ich taugt es sehr gut wir gehen dann hier einen twilight enhancer und hier habe ich dann verschiedene möglichkeiten denn ich nenne jetzt mal den himmelsbereich sogar anzupassen scheint noch ein kleiner bug daran zu sein dass er es nicht sofort tut ihr habt also hier gesehen dass sich der himmelsbereich ein gutes stück geändert hat und natürlich kann ich auch hier sowohl einzelne anpassungen in der farblichen abmischung des himmelsbereiches als auch der übergang tag und nacht also dämmerung nehmen also natürlich hier also natürlich hier vorhandene wasserbereiche ich kann das ganze auch zum beispiel so art golden hour machen und sie dann natürlich dann das gelb und macht das vielleicht insgesamt noch dunkler dann ein wenig zurück ok lassen wir uns hier vielleicht mal einen zweiten anschauen und nehmen vielleicht mal diesen hier diesen nach der aufnahme von dresden gehen auch hier wieder auf bearbeiten und gehen auch hier wieder auf den twilight enhancer hier so könnt ihr noch ein fettes staubkorn auf dem sensor sehen machen hier auch mal golden und dann seht ihr schon wie sich das licht und auch die einzelnen bildteile dann beschieben das hier finde ich relativ interessant das wäre ja ich sag jetzt mal relativ neutral zumindest was das gebäude anbelangt das kann man vielleicht sogar so lassen und ich kann natürlich dann hier die einzelnen bereiche dann wie zum beispiel den nachthimmel und so weiter abdunkeln und auch in ihrer in ihrem ton dann verändern das soll jetzt mal als beispiel für diese gewesen sein wir gehen jetzt einfach mal auf alle fotos und gehen mal zum beispiel hier auf dieses bild hier und gehen auch mal auf bearbeiten man hat hier neu eingefügt einen bereich landschaft der viele dieser sachen sozusagen mit beinhaltet aber was ich als ich jetzt hier zeigen möchte ist der die neuen maskierungs optionen ich gehe mir jetzt hier auf maskieren und da habe ich als neue luminanz alle helligkeits abstufung die ich maskieren kann oder eben ein objekt select wo ich ein bestimmtes objekt auswählen kann und das dann automatisch maskiert werden soll wir gehen mal auf objekt zu select und seht ihr schon hier hat er als hauptobjekt diesen baum ausgemacht ist zunächst mal nicht schlecht allerdings ist hier natürlich die maskierung an einigen stellen zu viels guten das funktioniert allerdings leider noch nicht eine prozession dass man es wirklich für so objekte benötigen könnte und ich gehe jetzt hier mal auf die allgemeine entwicklung sie jetzt hier mal die entwicklung ein klein wenig höher die lichter runter und vielleicht so und dann gehen wir wieder auf die landschaft und wieder auf die maskierungen und diesmal nehmen wir uns die die luminanz und dann kann ich hier die helligkeitswerte die maskiert werden sollen einschränken oder limitieren so ich kann das auch hier in der ganzen bahn ziehen so jetzt wird praktisch nur himmel oder rund aber der baum nicht betroffen und kann dann die entsprechenden anpassungen vornehmen die sich dann logischerweise nur auf die maskierung oder auf die maskierten teile auswirken sollen so dass die entsprechende seite zu dem was sich alles geändert hat was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe ist das batch processing in mit hdr bildern die neue landschaftskategorie hatten wir gesehen das aus und anschalten des dynamischen hintergrundbildes ebenfalls das mal eine feine sache weil das eine sache ist die hat mich immer irritiert dass da ein teil des bildes ich nenne es mal schattiert im hintergrund abgebildet wurde ja wie ihr sehen konntet kommen da zwei relativ interessante neue effekte auf uns zu nämlich der worte enhancer und der toilet enhancer den worte enhancer finde ich relativ gut gelungen obwohl die maskierung an vielen teilen vielleicht im ersten augenblick nicht so exakt zu sein scheint trotzdem kommt man da für den effekt um das war wasser ich sag jetzt mal zum beispiel blauer zu machen und so weiter mit der relativ unexakten maske davon weil ja auch die blau schattierung dem wasser sich je nach bildwinkel oder wie man drauf schaut dann auch ändern insofern ist da eine hundertprozentige maskierung an vielen stellen vielleicht gar nicht notwendig bei dem toilet enhancer war mir jetzt aufgefallen dass es noch probleme gibt dass der effekt dann auch wirklich sofort dargestellt wird das kam erst mit einem gewissen teil verzögerung beziehungsweise auch erst wenn man noch mal hin und her geschaltet hat das sollte also in jedem fall von skalim noch korrigiert werden bis zur endgültigen version was ich gut fand war die option jetzt endlich in den einstellungen oder den voreinstellungen einstellen zu können dass dieses background image also das was so ein bisschen transparent immer über die gesamte arbeitsfläche abgebildet wurde nunmehr endlich abgeschaltet werden kann das war eine sache die hat mich je nach motiv doch schon ein klein wenig gestört vielleicht ist das auch nicht jedermanns sache da aber so kann man das so einstellen wie man es selber gerne hätte wo ich mich jetzt noch nicht zu gekommen bin ist die hdr-batch funktion einmal auszuprobieren das werde ich vielleicht demnächst mal machen aber insgesamt sind die neuerungen tatsächlich vorhanden wir haben wirklich eine schöne neue version dass man jetzt das logo geändert hat passen zwar beta zur ipad version naja kann man jetzt darüber reden es wären allerdings auch schön wenn man nicht immer mehr effekte zubauen würde was mir nämlich noch fehlen würde wäre zum beispiel eine maskierung nach farben und nicht nur nach helligkeitswerten das wäre in manchen fällen sicherlich wünschenswert trotzdem ist es in alles in allem ein gutes spring update und zurzeit bietet skylim das wieder mit reduzierten angebotspreisen an man kann also die eine vollversion also ohne abo erwerben zu reduzierten preisen als auch natürlich die entsprechende version mit den abo vorteilen dann entsprechend erwerben links dazu wie immer in der video beschreibung da findet ihr auch einen link der dann euch noch zusätzlichen rabatt gewährt ich hoffe ihr nutzt das und wie gesagt skylim wenn es euch wirklich nicht gefallen sollte oder ihr nicht mit dem programm zurecht kommt gewährt ja auch eine geld zurück garantie ja das war es von mir zur neuen luminar neo version 1.19.0 die wenn ihr dieses video sehen könnt dann verfügbar sein sollte ladet euch einfach eine testversion runter und probiert es selber aus wenn er dazu noch fragen habt könnt ihr natürlich gerne hier unter dem video stellen oder gerne auch in die entsprechenden kommentarfunktionen des blog posts und wenn das video ein klein wenig hilfreich war dann überlegt euch ob er da ein gefällt mir hinterlassen noch wer wäre es natürlich wünschenswert wenn er den kanal abonniert dann vergesst aber bitte die glocke nicht so dass er jedes mal eine benachrichtigung erhalte sobald ich ein neues video hochgeladen habe ja so viel zu von mir zum neuen luminar neo 1.19.0 und mir bleibt nichts anderes übrig als zu sagen bis zum nächsten mal ciao tux oche